Was geht ab Leute? Wir sind ja jetzt gerade in Berlin, in der Mall of Berlin. Wir spielen mit JD Sports, ihr habt ja schon die ganze Station gesehen, wir haben ja auch Goodiebacks, es gibt jetzt eine Aktion, man kann Gulen, Gulen gegen uns spielen, die Leute, die uns besiegen, hier ist schon eine Schlange jetzt, jeder, der uns besiegt, wir zocken abwechselnd, der kriegt einen Goodieback mit einem Gutschein, mit ein paar Goodies, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, mal schauen, wie viele uns besiegen, wir spielen immer abwechselnd, erst spielt Danny gegen den einen, dann spiele ich gegen den nächsten und immer so weiter, mal gucken, wie viele Tore wir kassieren und wer die Gewinner sind, lassen, like, lassen, kostenlos, abo da, und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten, let's go, let's go. Er hat hier den Job zur Führung. So, auf jeden, abo. Ja, das war toll. Boah. Jetzt hat er nicht so. Na ja, nee, das war ein Stück immer, das muss ich dir abwärts schon mal aufpassen. Hey, Paul. Brot. Lachbrot. Egalisch. Wo soll ich jetzt schießen? Ich schieß nach links. Wir haben wieder gesagt, wenn ich schießen. Ich binấu mit dem chain. Ich bin heraus. Esaaaalisch. Was für Elfer? Ich glaube, ich bin der erste Gewinner. Wenn du links oben gehst. Ohne Fahrt. Ohne Fahrt. Ohne Fahrt. Nein. Eiko, die Back. Und so sieht die Start-Formation aus. Okay. Interessant. Alter. Was für ein Auto. So Freunde, bis jetzt bin ich der Einzige, der verloren hat. Elfmeter kassiert. Aber freut mich natürlich auch für den Zuschauer, der dann ein Goodie-Back bekommt. Aber jetzt wird hier ernst gemacht. Mal gucken, ob wir das nächste Spiel gewinnen können. Kass. Besser als Hals, wenn ich jetzt schon so viel rechnen kann. Das wird fantastisch. Na guck, beim Rakes sind jetzt mal schwitzen. Oh ja. Zeig dir, wie sie sind. Scheiße. Ja, bei mir ist noch ein Mal. Ja. Ja. Ja, und dann. Ja. 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 Ich bin sehr glücklich. Eine gute Physik. Das ist das ganze Tor in der Partie und jetzt ist die Freundin der Partie. Hast du eine Ruhe? 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 Leute, den ganzen Tag viel los hier heute. Wir sind die ganze Zeit am Zocken, die ganze Zeit Fotos machen, die ganze Zeit unter Gramm am Schreiben. Macht aber mies Bock, die ganzen Leute zu sehen. Ich glaube, die freuen sich auch und wir machen jetzt noch nichts weiter. Bis zum nächsten Mal. So Freunde, es ist jetzt gleich 20 Uhr. Die drei Tage sind um. Wir haben gegen richtig viele Leute FIFA gezockt bzw. EFC. War einfach verrückt, oder nicht? Danke an JD Smogs, die ganze Station, die aufgestellt wurde, mehrere Stationen, Konsolen waren da, DJ waren da. Alles war am Start, hat sehr viel Bock gemacht. Auch keine Gutes konnten wir hier machen. Jeder, der da war, weiß, es war ein gutes Event. Leute, macht's gut drauf rein. Ciao.